Jo Freunde, was läuft, was geht? Gamble Joey ist zurück, eine neue Folge, ich bin wieder ein Five Pringos, Freunde. In den anderen lief leider nicht so gut bei mir in letzter Zeit, deswegen back in the game. Ich habe eine Balance von sage und schreibe 10.000 Euro diesmal. Gucken, wo wir heute reingehen. Ich denke, ich gehe in Solar Queen mal wieder rein. Ihr habt es gesehen, die ganzen Spiele, die ich da eine Zeit lang gezockt hatte. Wo es richtig abging. Oh, hier sieht man auch noch, was ich so veranstaltet habe. Wir werden heute einen Bonus auf 1.000 Euro kaufen. Wir werden einen Bonus bei Video Let's Go. Solar Queen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Gucken, was wir hinkriegen. Ob ich mich aufbauen kann mit der Balance oder nicht. So, jetzt Wiles, 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 Wiles. Nice, nice, nice. Einfach so weitermachen, hier noch ein paar Wiles rein. Einfach weitermachen, komm, Wiles. Okay, jetzt kurz eingeschlafen, Wiles. Hallo. Mal drei sogar, ey, wenn wir jetzt genug Wiles hätten. Ja, 904 Euro, aber. Minus 100 Euro. Let's Go, wir gehen nochmal bei 1.000 Euro Bonus Buys, heute. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wiles, 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 wir brauchen Wiles. Ja, hier noch Wiles. Wiles, 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 Wiles. Come on, let's go. Komm, in der Mitte noch. 1x2 ist aber auch gut. 301. 558 bisher. 401, nice. 959. Und jetzt Profitland. Inner, Mitte und Wild. 740, 1699. Nice. Ah, 2.000 Euro Bonus Buys. Bye, let's go. Wir brauchen mehr Weiz, come on. Ja, 1368, ja man, jetzt komm, Mitte noch, Mitte Wild, Mitte Wild, ja, ja, was macht das? Ja, 4600, Patz! So nämlich, wir sind hoch auf 15.000 Euro, Freunde. Ja, das gefällt mir doch schon mehr wieder. Ah gut, ich bin hier im Five Gringos mit 10.000 Euro gestartet. Wir sind hoch auf 15.000 Euro, ich glaube, das werde ich auch heute erstmal mitnehmen. Und wir sind zurück. Let's go. Das ist doch nice, wir sind zurück im Five Gringos, scheinbar hier am besten am Geben. Falls ihr auch mal zappen wollt, checkt die Links in der Videobeschreibung. Vergesst nicht, Glücksspiel kann sich nicht mal spielen. Bitte nur mit dem Geld, was hier war. Haut rein und macht's gut. Euer Gammelt und ciao. So.